Der Hauptstadt-Korrespondentin Nicole Diekmann. Ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen. Hier bei uns einerseits natürlich UnternehmerInnen, klar. Und dann kam nicht nur von WissenschaftlerInnen, sondern auch von PolitikerInnen die intensive Appelle von IntensivmedizinerInnen beziehungsweise MedizinerInnen, ForscherInnen wissen immer noch relativ wenig über Corona. So alt ist dieses Ding ja nur noch nicht. Und die InselbewohnerInnen, beziehungsweise die vielen PendlerInnen, die Tag für Tag...